Es muss jetzt weitergehen mit den Betonplatten. Erste Aktion, die vom letzten Mal anmalen. Erste Aktion. Die zweite Aktion besteht wieder darin, neue Platten zu setzen. Erste Aktion. Ich muss wieder etwas Leim dafür haben. Erste Aktion. 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 Jetzt ist es losgegangen. Vielen Dank. 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 Ja, unaufhaltsam wachsen die Ende auf, Enden aufeinander zu. Da fühlt man sich ja fast wie bei der Endphase des Baus der transamerikanischen Eisenbahn. Ich muss allerdings zugeben, dass diese Strecke hier nicht ganz so lang ist. Aber zwischendurch kam es mir beim Verlegen dieser Betonplatten schon so vor. Okay. 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 Wir nehmen den flipping gleich ein bisschen zu breit auf. geschafft jetzt kann ich noch ein wenig an den rändern der geschichte hier arbeiten so ich möchte es euch jetzt noch ein bisschen an den rändern ich kann mich an die noch ein bisschen an Und wenn ich das richtig sehe, müsste das das letzte Randstück sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich habe ich hier im letzten Rutsch noch wieder die Ockerfarbe abgekratzt. In dieser kleinen Senke hier würde ich gerne Steinchen anbringen. Die werde ich jetzt noch ordentlich trinken müssen. Ich nehme die Ockerfülle an. Ich nehme die Ockerfülle an. Ich nehme die Ockerfülle an. Ich nehme die Ockerfülle an.